Hallo Freunde, in diesem Video zeige ich euch, wie ich mit der App Trade Republic meine Aktien aussuche, die mich interessieren. Wie ich beispielsweise eine Aktie in meine Watchlist reinsetze bei Trade Republic oder wie ich in Trade Republic einen Preisalarm setze. Heute ist alles knallrot in meiner Liste, sowohl bei meinen schon gekauften Aktien als auch in meiner Watchlist. Heute ist der Dow Jones, der DAX, der NASDAQ, sogar die Kryptowährung sind alle knallrot. Gut, ich werde euch das jetzt zeigen, wie ich vorgehe. Bleibt dran. Ich werde jetzt als erstes mit euch einen Preisalarm einsetzen. Dabei werde ich dann informiert, wenn ein bestimmter Preis erreicht ist, der mich interessieren könnte zu kaufen. Der Litecoin ist in der letzten Zeit stark runtergeknallt. Allein 100 Euro in den letzten zwei Tagen. Ordentlich. Wenn ihr einen Preisalarm reinsetzen wollt, müsst ihr ganz oben auf die drei Punkte klicken. Und dann wird der Preisalarm eröffnet. Und ich habe schon einen stehen bei 119,99. Warum ich das so eintrage, erkläre ich euch auch noch. Das ist immer eine relevante Zahl, weil bei 120 gewisse Euros runterknallen. Und dann kriegt man sie noch ein bisschen günstiger. Jetzt gebe ich beispielsweise mal 124,99 Euro ein und klicke dann auf Preisalarm und fertig. Dann also der Preis bei 124,99 da ist. Also erreicht worden ist. Dann werde ich automatisch informiert und dann kann ich zusagen und kaufen. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich eine Aktie hinzufüge in meine Watchlist BASF. Die interessiert mich in der letzten Zeit. Aktuell bei 66,83 und ist auch ordentlich runtergeknallt heute. Das merkt also den einen oder anderen Rundenpreis geben. Ich gehe jetzt wieder oben auf die drei Punkte, gebe einen Preisalarm zu. Ihr seht also aktuell ist es 0,0 und ich gebe jetzt 65,99 ein. Dann gehe ich auf Preisalarm setzen und schon habe ich ihn. Sollte also 65,99 erreicht werden, werde ich wieder informiert und kann zugreifen oder auch nicht. Ihr seht jetzt, ich habe BASF hinzugefügt in meine Watchlist mit einem Preisalarm. Und ich habe hier auch alle Kennzahlen. Das ist eine tolle Dividende von 3,30 Euro gewesen. Die habe ich natürlich auch sehr gerne mitgenommen beim ersten Trade. Und meistens fallen die Preise, nachdem die Dividenden gezahlt wurden. Und das war es im Grunde genommen auch schon. Mehr gibt es nicht zu erzählen.